Hallo, da darf man herzlich gespannt sein, wie es ein Wartner gibt, wie er auch nun weiter ist. Das darf man sicherlich in aller Offenheit sagen. Rein, Frau, das ist ein Wartner. Das ist ein Wartner, der in der letzten Position, das ist ein Wartner, der in der Rettung der Brüder umgegangen ist. Das ist ein Wartner, der in der Schuhmacht.